Der Herzog von Sussex schrieb in seinen Memwarenspare, dass er eine Therapie suchte, nachdem er seine zukünftige Frau Meghan während eines Abends zu Hause zu Beginn ihrer Beziehung angeblafft hatte. Prinz Harry und Meghan Makele sind zu einem der berühmtesten Powerpaare der Welt geworden und haben sich seit ihrer Hochzeit im Jahr 2018 in den USA niedergelassen, um zwei Kinder großzuziehen. Aber wie der Herzog in seinen aufsehenerregenden Memwarenspare enthüllte, war er gezwungen, sich nach einem Streit zu Beginn ihrer Beziehung mit zugrunde liegenden Problemen auseinanderzusetzen. Das Paar wurde im Juli 2016 vorgestellt und verliebte sich schnell ineinander. In seinem Buch beschrieb der Prinz seinen Abend zu Hause im Dezember desselben Jahres, an dem sie ein Hund brieten, während sie Weintranken und Schallplatten hörten. Aber der romantische Abend nahm eine Wendung, als er Meghan ausgründen, die er nicht erklären konnte, anblaffte. Vielleicht stieg mir der Wein zu Kopf, schrieb Harry. Vielleicht hatten mich die Wochen des Kampfes mit der Presse zermürbt. Aus irgendeinem Grund wurde ich empfindlich, als das Gespräch eine unerwartete Wendung nahm. Dann wütend. Unverhältnismäßig, schlampig wütend, fuhr er fort. Meghan sagte etwas, was ich falsch auffasste, erklärte er. Es lag zum Teil an einem kulturellen Unterschied, zum Teil an einer Sprachbarriere, aber ich war an diesem Abend auch einfach überempfindlich. Ich dachte, warum geht sie auf mich los? Ich fuhr sie an, sprach barsch und grausam mit ihr. Meghan verließ dann das Zimmer und er fand sie 15 Minuten später auf dem Bett sitzend. Sie konfrontierte ihn mit seinem Verhalten und sagte ihm, ich, würde es nie dulden, wenn man so mit mir spricht. Die ehemalige Schutz-Schauspielerin drängte ihn dann, zu erfahren, woher der plötzliche Wutausbruch gekommen sei, und fragte, wo haben sie jemals einen Mann so mit einer Frau sprechen hören? Haben sie als Kind Erwachsene so sprechen hören? Der Herzog sagte, er räusperte sich, schaute weg und antwortete, ja. In dieser frühen Phase ihrer Beziehung warnte Meghan ihn offenbar, dass sie diese Art von Partner nicht tolerieren würde. Oder Co-Eltern schafft. Diese Art von Leben. Sie würde keine Kinder in einer Atmosphäre der Wut oder Respektlosigkeit großziehen, fügte er hinzu. Harry sagt, er haben nach dem Streit eine Therapie begonnen, um seine Wut anzugehen. Sie kam von irgendwo tief in mir, irgendwo, wo sie freigelegt werden musste, und es war offensichtlich, dass ich bei der Arbeit etwas Hilfe gebrauchen konnte, sagte er. Das Paar trat im Januar 2020 als hochrangige Royals zurück, bevor es nach Montecito, Kalifornien, zog, wo es seine beiden Kinder Archie und Lilibet großzieht. Sowohl Harry als auch sein älterer Bruder William sind leidenschaftliche Befürworter einer Therapie, und der Herzog von Sussex wurde für seine Offenheit bezüglich seiner psychischen Probleme gelobt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017